Der Europapokal der Pokalsieger 1983-84 war die 24. Ausspielung des Wettbewerbs der europäischen Fußball-Pokalsieger. 33 Klubmannschaften aus 32 Ländern nahmen Teil, darunter Titelverteidiger FC Eberdin, 22 nationale Pokalsieger und 10 unterlegene Pokalfinalisten. Der rumänische Pokalsieger CS Universität Ikrajova spielte aufgrund verspäteter Meldung durch den rumänischen Fußballverband nicht im Europapokal, der Pokalsieger, sondern als zweiter der Divizia am UEFA-Pokal 1983-84 still. Aus Deutschland waren DFB Pokalsieger 1, FC Köln aus der DDR-FDGB Pokalsieger 1, FC Magdeburg aus Österreicher FB-Cup-Sieger SSW Innsbruck und aus der Schweiz-Cup-Finalist Servette Genf am Start. Das Finale im Sankt-Jakob-Stadion in Basel gewann Juventus Turin mit 2 zu 1 gegen den FC Poto. Torschützenkönige wurden neben Marc-MCG-HEE vom FC Eberdin noch die beiden Sowjets, Viktor Grachu und Sergej Morozo von Schachta Donetsk mit jeweils fünf Toren. Modus Die Teilnehmer spielten wie gehabt im reinen Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen den Sieger aus. Gab es nach beiden Partien Torgleichstand, entschied die Anzahl der auswärts erzielten Tore. War auch deren Anzahl gleich, fand im Rückspiel eine Verlängerung statt, in der auch die Auswärtstorregel galt. Herrschte nach Ende der Verlängerung immer noch Gleichstand, wurde ein Elfmeterschießen durchgeführt. Das Finale wurde in einem Spiel auf neutralem Platz entschieden. Bei unentschiedenem Spielstand nach Verlängerung wäre der Sieger ebenfalls in einem Elfmeterschießen ermittelt worden. Vorrunde Das Hinspiel fand am 24. August Das Rückspiel am 31. August 1983 statt 1. Runde Die Hinspiele fanden am 14. September Die Rückspiele am 28. September 1983 statt 2. Runde Die Hinspiele fanden am 19. Oktober Die Rückspiele am 2. November 1983 statt Viertelfinale Die Hinspiele fanden am 7. März Die Rückspiele am 21. März 1984 statt Halbfinale Die Hinspiele fanden am 11. April Die Rückspiele am 25. April 1984 statt Finale Siehe auch Europa-Pokal der Landesmeister 1983-84 still UEFA-Pokal 1983-84 still Die Rückspiele am 21. August